Ja hallo ich bin René vom Waffenhandel Becker und ich habe heute ein Klassiker mitgebracht aus dem Hause CZ aber schauen wir uns die Waffe einfach mal gemeinsam an. So hier in der Hand halte ich eine CZ 75 Bravo Steenless Ausführung Kaliber 9 mm Luger Gesamtlänge der Waffe 210 mm Lauflänge 115 mm Die Waffe verfügt über eine feste Visierung wie ihr sehen könnt. Zerlegen der Waffe. Da seht ihr die zwei Einkerbungen hier. Die müssen übereinander gebracht werden. Jetzt kann ich den Verschlussfanggeber rausdrücken und die Waffe zerlegen. Hier die Verriegelungswarzen seht ihr. Das ist eine. Die Waffe verfügt über Double Action wie auch Single Action. Und was wir uns anschauen wollen. Natürlich keine Laborbedingungen. Ist das Abzugsgewicht. Zuerst Double Action. Und er bricht der Schuss ungefähr bei 3,3 Kilo. Das war gerade schon wirklich schwierig. Und Single Action. Aber bei ungefähr in 2 Kilogramm. Hier hat man natürlich auch wo man abzugreift. Die CZ 75 Bravo grundsätzlich das bekannteste Modell von CZ. Sehr robust. Sehr sehr schöne Waffe und hier in Steenless Ausführung. Hier haben wir noch mal unsere CZ 75 Bravo Kaliber 9 mm Steenless Ausführung. Wirklich eine schöne Waffe. Absoluter Klassiker. Super robust. Also tatsächlich. Die Waffen unverwüstlich. Das einzige was mal passieren kann. Aber das ganz ganz lange. Ganz ganz viel. Musst du da schießen. Dass mal der Verschlussfanghebel hier bricht oder ähnliches. Aber das kostet nicht viel. Also wirklich eine schöne Top Waffe. Hier die CZ 75 Bravo. Kann sie nur empfehlen. Tatsächlich. Aber überhaupt alle Waffen aus dem Hause CZ. Wenn ihr so eine CZ oder eine andere Waffe erwerben wollt. Könnt ihr sehr sehr gerne tun. Über den Waffenhandel Becker. Mit der entsprechenden Erwerbsberechtigung. Für alle angehenden Sportschützen. Den empfehle ich einen Waffensachkundekurs bei uns bei der Schießschule Becker. Und für alle die wissen wollen wie es ist zu schießen. Mit so einer Pistole hier. Oder mit einer anderen Waffe. Den empfehle ich sprechendes Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker. Würde mich sehr freuen von euch zu hören. Bis dahin alles Gute. Ciao. Und dann habe ich das Video.